Ich grüße Sie zu unserer Andacht am 2. Advent. Soeben habe ich die zweite Kerze am Adventskranz angezündet. Es soll die Kerze der Geduld sein. Die Geduld, die wartet. Die Geduld, die nach dem griechischen Wort Ibermonia unter den Dingen ist. Der, der geduldig wartet, ist nicht Herr der Sache, sondern muss es erdulden, wie es das deutsche Wort sagt. Für den zweiten Advent hören wir einen Abschnitt aus dem Brief des Jakobus im fünften Kapitel. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Wie halten Sie es mit der Geduld? Halten Sie sich für einen geduldigen Menschen? Geduld braucht man an der Bushaltestelle, wenn man auf den Bus wartet. Geduld braucht man oft einmal auch in der Warteschleife, wenn man irgendeine Behörde oder irgendwas anruft und man ist dann darauf angewiesen, dass das Gegenüber sich meldet. Geduld braucht man im Umgang mit Kindern. Geduld braucht man in der Ehe. Geduld braucht man als Lehrer und Pfarrer. Ja, Geduld kann man gar nicht genug haben. Kann man Geduld lernen? Ich denke schon, wenn man sich vornimmt, einmal geduldig zu sein und sich vorstellt, dass diese Zeit der Geduld nicht einfach verlorene Zeit ist. Wenn man die Zeit als verloren betrachtet, fällt es gewiss schwer. Aber die Zeit, in der man wartet, mit Gedanken zu füllen, sie bewusst als eine Gelegenheit zu nehmen, auf den eigenen Atem zu hören, sie bewusst als Gelegenheit zu nehmen, an Menschen zu denken, sie in seinem Kopf sich vorzustellen, sie kommen und gehen zu lassen. Die Zeit des Wartens als eine gefüllte Zeit möchte uns auch die Adventszeit sein. Nicht nur warten, bis sie endlich rum ist, sondern als eine Zeit gespannte Erwartung und der Vorfreude. In unserem Predigtext, da geht ein Bauer immer wieder einmal hinaus auf seine Felder und schaut, ob die Gerste schon herausspitzt, ob der Weizen sich zeigt, ob das Getreide etwas wird. Schon im Werden freut sich der Bauer auf das, was kommt, auf die kostbare Frucht der Erde. Das ist doch eine tolle Haltung. Schon im Werden, in der Entstehung, im Kommen, die Dinge begrüßen, freudig, sie in seinem Herzen bewegen und sich darauf einstellen, dass es etwas ganz Tolles ist, was da kommt. In der Adventszeit, da kommt unser Herr und Heiland. Unser Herr Jesus kommt da zu uns. In der Alten Kirche ist die Adventszeit eine Bußzeit. Da ist das eine zweite Fastenzeit, die wir heutzutage nur noch in der Passionszeit vor Ostern halbwegs bewusst erleben, wenn wir dran denken. Aber diese Zeit der Vorbereitung auf den, der da kommt, in Buße und Fasten, das ist ja die Vorbereitung auf das große Fest. Wissen Sie, wenn ich weiß, dass ich heute Abend eine große Essenseinladung habe, dann schlage ich mir den Tag über nicht den Bauch voll. Dann hebe ich mir meinen Hunger für abends auf. Das wäre vielleicht der Sinn einer Fastenzeit zu Weihnachten. in der Adventszeit, dass man sich auf das große Fest freut und es nicht schon vorwegnimmt. Bleiben Sie geduldig. Das wäre vielleicht der Abenteuerung. Das wäre vielleicht der Abenteuerung. Das wäre vielleicht der Abenteuerung. wunderschönig. Ihrer Freunde, wie bei uns beim Abenteuerung ähltest, weil wir uns die Abenteuerung anziehen, die Abenteuerung mit den Abenteuerung, Vielen Dank.